Raus aus dem Alltag, dann kommen sie mit, mit in eine andere Welt. Traumfabrik. Eine Welt der Faszination, der Träume und der Fantasie. Traumfabrik. Die Traumfabrik. Fantastisches Showtheater. Zum Staunen. Zum Lachen. Und zum Träumen. Das Publikum. Die Presse. Und die Promis sind sich einig. Nicht nur im Sport beeindrucken mich Höchstleistungen, nein, auch im Theater. Der Stadt Regensburg kann ich nur gratulieren. Sie hat mit der Traumfabrik ein internationales Kulturglanzlicht, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus kam. Verlassen Sie die reale Welt. Kommen Sie mit auf eine fantastische Reise in die Traumfabrik.